Du hältst dich zurück. Mir reicht es, Verbrecher zu stoppen. Ich muss sie nicht töten. Halt dich nie zurück. Ich tue es nicht. Der hat Probleme. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich kenne dich. Du warst die Halloween-Deko meiner Nachbarn. Ich bin Taskmaster und du wirst jetzt zur Schule gehen. Ich habe ein guter Reflexionsgedächtnis. Alles, was du tust, kann ich imitieren. Das ist echt dreist, meine Finisher-Clown! Du nutzt meine Moves. Das hinterlässt einen Druck. Wann wird dir klar, dass das nicht funktioniert? Für mich läuft es großartig. Ich lerne jedes Premiere von deinen Moves. Starte durch. Schnell. Hey! Das ist ein Spider-Man-Original! Du hast ein Energieschwert? Wenn mich der Neidtod umfallen lassen soll, könnte das klappen. Mach den Klo. Keine Lust auf einen Finger im Kampf. Du hast dich stärker als du. Du hast dich stärker als du. Du hast dich stärker als du. Zeit für eine neue Strategie. Hey! Netzschläge sind exklusiv für Spider-Man! Die Cover-Bank ist nie so gut wie das Original! Ohoho! Unfair! Komm schon! Das ist erbärmlich! Hey! Immer noch Tricks auf Lagern. Ich brauche wohl noch mehr Daten, damit mein Vertrag erfüllt ist. Ich habe schon alle Daten. Ich besiege dich, du fließt. Fazit? Du hast verloren! Noch nicht. Auf dich warten weitere Aufgaben in der Stadt. Wenn ich gesehen habe, was du kannst, reden wir über Runde 2. Ich gebe mir solche Mühe, nett zu sein. Warum wollen immer alle kämpfen?